Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Änderer. Ja, das war mal eine lustige Begrüßung. Ja, wir waren hier stehen geblieben bei dieser wunderschönen Statue mit dem Wasser und wir müssen, soweit ich mich erinnern kann, einen Tag warten, um danach zu einer gewissen Zeremonie zu gehen. Die Frage ist jetzt, was machen wir so lange, bis diese Zeremonie beginnt? Und was ich mich auch gerade frage ist, was ist denn, wenn wir jetzt sozusagen zu lange weg sind, findet dann die Zeremonie einfach ohne uns statt? Also haben wir die dann so verpasst? Oder werden wir daran erinnert? Oder? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Und ja, nochmal zur kurzen Info. Ihr hört das wahrscheinlich schon an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen krank, aber ich habe mir gedacht, Enderal muss trotzdem sein. Enderal ist ein schönes Spiel. Das möchte ich gerne weiterspielen. Und deswegen spiele ich jetzt auch. Alles klar. Danke für die Info. Werde ich auf jeden Fall brauchen. Huch, jetzt habe ich hier mein Schwert gezückt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Haben wir denn noch irgendwelche Nebenquests, die wir machen können? So, wir warten jetzt da drauf. Achtung von Ack. Hammervogel-Eier. Das können wir, glaube ich, einfach mal machen. Ich weiß zwar nicht genau, wie wir diese Hammervogel-Eier finden. Aber wir werden sie einfach mal suchen gehen. So, wo sind wir denn eigentlich hier? Muss ich mir mal kurz anschauen. Ist das diese große Statue? Ich glaube, das ist diese große Statue, die man von vorne sieht, wenn man nach Ack reinkommt. Die sieht auf jeden Fall ziemlich majestätisch aus, muss ich sagen. Wo kommen wir jetzt eigentlich hier hin? Adelsviertel. Warum benutzen wir eigentlich nicht die Teleportations-Gedöns-Ortsschilder? Ihr wisst schon, was ich meine? Warum benutzen wir die nicht? Ich vergesse es jedes Mal. Mann. Naja, jetzt, wenn wir hier aus dem Ladebildschirm raus sind, werden wir die suchen gehen. Diese Wo sind wir denn jetzt? Ach, im Adelsviertel, ne? Schon wieder keine Ausdauer mehr. Schlimm ist das, Madame. Du musst mal mehr Sport machen. Und du mehr Ausdauer hast du. Ja, so ist das eben mit der Ausdauer. Ich weiß. Es ist halt einfach so. Ah, hier. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Haupttor? Ich denke mal Haupttor, ne? Wir gehen einfach mal zum Haupttor. So, jetzt haben wir einen Ladebildschirm. Wie immer wunderschön gezeichnet, wenn man das so nennen kann. Ich denke schon, dass man es so nennen kann. Ich finde die echt schön. So gut würde ich auch gerne bezeichnen können. Naja. So. Da sind wir auch schon raus aus dem Ladebildschirm. Alles gut. Ein kleines dickes Schweinchen. Hallöchen. Und Babyschweinchen haben wir auch hier. Na, was guckst du mich an? Oh. Oh. Na, grunzt du mich an? Naja, wir werden jetzt mal weiterschauen. Was ist das hier? Irgendein Gedöns. Ach, das ist der Typ, von dem wir die Quests haben jetzt hier mit diesen Vogeleiern, ne? Wo kann man die denn überhaupt finden? Was machst du da? Auf dem... Alles klar. Die Ziegel lag gerade eben und jetzt steht sie auf der Tonne. Kann man machen, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, wo wir diese Eier finden können. Wie soll der Vogeleier? So. Ich denke mal hier irgendwo in der Umgebung. Ist ja auch schon leider ein bisschen her, dass wir die Quest angenommen haben. Ich weiß jetzt deswegen auch nicht mehr so genau, ob er was gesagt hat in der Quest. Wir können natürlich noch mal kurz nachschauen, ob hier was steht. Vor den Toren der Stadt Ark traf ich einen alten Sternling namens Kurmai, der mich um Hilfe bat. Ich soll ihm eine Handvoll Hammervögeleier beschaffen, die er sich zu Brieffögeln heranzüchten wollte. Er möchte. Um das zu tun, soll ich in der unmittelbaren Umgebung des Wachtturms und des Sees Ausschau nach fliegenden Hammervögeln halten, um ihre Bewegung bis zurück zu ihrem Nest verfolgen. Alles klar. Okay, Wachtturm ist das da wahrscheinlich. Bist du ein Hammervogel? Wir folgen dem mal. Wenn das ein Hammervogel wäre, wäre das toll. Na, bleib stehen. Lass da hin. Hoffentlich ist das einer. Ich habe ja keine Ahnung, wie die aussehen. Kannst du dich mal entscheiden, ob du links oder rechts vom Fluss sein möchtest? Ist das überhaupt so ein Hammervogel? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Hä, der fliegt doch hier nur im Kreis, oder nicht? Kannst du dich mal entscheiden, Vögelchen? Und nicht die ganze Zeit im Kreis fliegen, bitte. Der fliegt doch nur im Kreis. Jetzt nicht mehr, oder? Der landet da hinten. Oder? Ich gehe mal eben da gucken. Wenn wir Glück haben, dann ist das vielleicht schon unser erstes Hammervogelnestgedöns, was wir gefunden haben. Wer auch immer, wenn man das nennen möchte. Uch, wo sind wir hier gelandet? Das sind Steine. Tatsache! Oha, wie cool. Wir sind jetzt also, wie diese Vögelein aussehen. Oh, das ist eine coole Quest. Ja, okay. Dann gehen wir weiter suchen. Den Vogel haben wir jetzt abgehakt. Ach ja, ich weiß, du hast schon wieder keine Ausdauer mehr. Mach doch mal mehr Sport, Mädchen. So. Da ist das der Nächste schon. Das wäre toll, wenn das schon der Nächste ist. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Da vorne. Oha, voll cool. Ich mag die Quest jetzt schon. Die ist für mich so lustig. Ähm. Ja, wo ist der nächste Hammervogel? Da vorne. Oh, gleich zwei. Fähnen wollen wir zuerst nehmen. Wo ist der andere hin? Hier war doch gerade noch einer, oder nicht? Da vorne. Dich nehmen wir jetzt. Wo fliegst du hin? Oh. Upsi. Hallo, Pferdchen. Okay. Der ist da oben auf jeden Fall. Ich frage jetzt nur, wie kommen wir da hin? Der kommt schon. Wir schaffen das. Hier irgendwo ist der. Hier irgendwo ist das Nest. Da oben, glaube ich. Wie kommen wir da hin? Ah. Sind da hinten noch welche? Schaffen wir es, ohne Schaden hier runter zu springen? Oh, Tatsache. So, wo sind wir jetzt hin? Huch. Huch. Meiner Fluss trank, den wir gerne mit. Apfel nehmen wir auch gerne mit. Warum steht dieses Pferdchen da so? Einsam. Huch. Hm. Naja. Ähm. Wo ist der nächste Vogel? Dort oben ist der nächste Vogel. Bitte lande hier irgendwo in der Nähe. Ich möchte nicht über das ganze Wasser rüber. Oder du? Oder ist das der von eben? Oder ist das der von eben? Hier müsste es, glaube ich, irgendwie sein. Hoffe ich zumindest. Oder auch nicht. Ach, doch, perfekt. Haben wir alle? Wäre toll, wenn wir jetzt alle haben schon. Ist das bei Essen? Ne. Vielleicht Questgegenstände? Sind das überhaupt Questgegenstände? Ne, sind gar keine Questgegenstände. Äh, sonstiges. Ne, Quatsch, hier war sonstiges. Kommen hier schon total durcheinander. Ähm. Ne, 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 ne. Auch nicht. Da. Ne. Doch, hier. Vier. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Flickst du hin, kleiner Vogel? Können wir halt auch vorstellen, dass die gar nicht landen mehr so, weil bei dem habe ich ja jetzt schon, ja genau. Ich glaube, dann müssen wir einmal auf die andere Seite. Ähm. Ja, machen wir das mal. Schwimmen wir einmal geschwind drüber. Hier haben wir ja noch ein paar Vöglein. Denen wir folgen können. Da vorne landet auch schon einer. Ist er hier irgendwo gelandet? War doch hier, oder? Hier irgendwo. Zu welchen von diesen Vöglein schauen wir jetzt mal zu? Welches kommt denn hier in die Nähe? Du? Nehmen wir einfach mal dich. So. Wo fliegst du hin? Wo fliegst du überhaupt irgendwo hin? Ne, ist gar nichts. Nehmen wir dich. Da oben. Wie soll ich denn da hinkommen? Uiuiui. Was soll man denn da hochkommen? Kommt man hier irgendwie auf gut Glück irgendwie hoch? Da müssen wir auf jeden Fall hin, denke ich. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass wir uns jetzt hier die Arbeit machen und dann müssen wir da gar nicht hin. Na komm schon. Und ein bisschen klettern hier. Schaffst du doch, Mädchen. Komm schon. Ja, das sieht schon besser aus. Komm, das kleine bisschen schaffen wir auch noch. Ach ja. Das macht man doch eigentlich immer so in Skyrim, wenn man irgendwo hoch will, ne? Man versucht es dann irgendwie in ganz steilen Bergen sich irgendwie hochzubacken, ne? Das ist doch... Eigentlich ist das doch immer so schon gewesen. Auch in Skyrim. So. Ähm. Jetzt kommen wir ja, glaube ich, schwierig weiter. Ich glaube, jetzt ist es doch ziemlich steil. Oder hier an der Seite. Wollen wir hier hingehen? Haha. Oh Mann. Das nennt mich an damals, wo ich Skyrim gespielt habe. Ja, wir müssen es irgendwie anders versuchen. Es muss auch einen richtigen Weg dahin geben. So. Da irgendwo lang vielleicht. So. Na komm. Da werden wir auch noch hochkommen irgendwie. los. Irgendwie. Ich glaube, wir kommen da echt nicht hin. Oh Mann. Müssen wir uns jetzt wohl doch ein anderes Vöglein suchen. Ach ja. Aber irgendwie muss man da doch hinkommen. Ich glaube schon, dass man da irgendwie hinkommen kann. Ich frage mich nur wie. Vielleicht da irgendwie hoch. Ach ja. So. Ich bin sicher, es gibt noch total viele andere Vögel, wo man das Nest viel leichter irgendwie finden kann. Aber wir nehmen natürlich das Allerschwierigste. Ist ja klar, ne? So macht man das halt. Aber ich glaube, wir haben jetzt gerade hier sehr gute Chancen. Und jetzt ist hier oben kein Nest. Das wäre es ja auch nicht ernsthaft, oder? Hier muss doch jetzt ein Nest sein. Aha. Was ist denn das hier? Hat jemand gepfuscht? Hm. Ich sehe das. Hier hat jemand eindeutig gepfuscht. Liebe Leute von Enderal, wenn ihr das hier seht, ne? Ihr habt hier eindeutig gepfuscht. Das muss verbessert werden mit einem Update. Ja. Ja. Ähm. Ja. Rutschen wir hier mal wieder runter, ne? War ja natürlich klar, dass wir, wenn wir jetzt hier oben sind, dass hier dann natürlich nichts ist. Das heißt, wir müssen einen anderen Vogel beobachten. Dich hatten wir, glaube ich, noch nicht. Stellen wir uns mal hier oben so hin. Schauen dem Vöglein zu. Wo fliegst du hin? Du fliegst die ganze Zeit nur über dem Wasser, ne? Da ist noch einer. Da ist noch ein Stück von links. Dus ach, ja.